Der Antizensurkampf begann in Südchina und hat mittlerweile Peking erreicht. Dai Zilgang, Herausgeber der Beijing News, soll berichten zufolge am frühen Mittwochmorgen zurückgetreten sein. Die Zeitung war gezwungen worden, einen Leitartikel der staatlichen Global Times zu bringen. Kritisiert wurde darin die Unterstützung von Mitarbeitern der Southern Weekly bei deren Kampf gegen die Zensur. Diese Bilder, veröffentlicht im chinesischen Internet, zeigen die Redaktionsräume der Beijing News am Dienstagabend. Einige Mitarbeiter mussten vor Verzweiflung weinen, nachdem Pekinger Propagandabeamte sie bedroht haben sollen, die Zeitung zu schließen, sollten sie den Leitartikel nicht abdrucken. Die Zeitung gab nach und das war der Zeitpunkt, als Dai Zilgang seinen Rücktritt erklärte. Ob sein Rücktritt angenommen wurde, ist nicht bekannt. Die Beijing News ist eine angesehene Zeitung in Chinas Hauptstadt. Anteilseigner ist die Southern Media Group, die ebenfalls die Southern Weekly herausbringt. 2011 übernahmen Pekings Propagandabehörden die Kontrolle der Beijing News und einer anderen Zeitung. Sie sollten mehr im Zaum gehalten werden, denn die Beijing News hatte damals über ein tödliches Zugunglück berichtet und damit den Ärger der Öffentlichkeit auf die Misswirtschaft der Bahnbeamten gelenkt. Der Leitartikel der Global Times erschien dann in der Mittwochsausgabe der Beijing News versteckt in einer Ecke, vergraben auf Seite 20.